Herzlich Willkommen zum Feuerschwanz Track by Track zum neuen Album Memento Mori mit dem Song Das Herz eines Lachen. Zuerst war da die Melodie. Damit fing alles an. Da war ich im Urlaub in Dänemark und war so inspiriert vom Wasser und von dem Wikingerfeeling in Dänemark, dass diese Melodie in mein Hirn gesendet wurde von Loki. Ich wollte dann einen Metal-Song draus machen. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass das Thema viel zu schön ist für so einen Geprügel. Und dann haben wir es zurückgebaut zu einer Ballade. Einer der Momente, auf die ich mich auf dem Live-Konzert mit am meisten freue, ist die Ballade. In die Gesichter zu schauen und die pure Emotion und Energie auf der Bühne zu spüren. Und ich bin wirklich stolz und wirklich glücklich und stolz auf meinen Hauptmann, dass er ein sehr, sehr persönliches Thema besingt. Er singt über seinen Vater in diesem Song. Und das macht mich sehr glücklich und sehr stolz. Ich finde das ganz toll, wie er das gemacht hat, wie er das getextet hat und wie er es gesungen hat. Das Herz eines Drachen hat viele Väter. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Hilfe bei der Umsetzung. Und es ist für mich ein sehr deepes Thema. Es ist ein Thema aus tiefster Seele, das heißt auch aus der Seele von Kindern gesprochen. Und da, wo es keine Worte mehr gibt. Und es geht um den Wunsch eines Kindes, mit seinem Vater näher in Kontakt zu treten und um Kriegstrauma. Als ich da quasi dieses etwas fertigere Demo gehört habe, hat mich das ultra unvorbereitet getroffen. Also so richtig tief, wie dieser Song ist, wie dieser Text ist, wie die Bilder da drinnen sind. Ich bin super gespannt, ob es euch ähnlich gehen wird, aber mich hat er so richtig, richtig kalt erwischt. Willkommen bei Feuerschwanz Track by Track zum Album Memento Mori. Es geht um das Lied Rohirrim. Es ist so, unsere Fantasy-Nerd-Herzen schlagen höher, denn Feuerschwanz hat den Weg nach Mittelerde gefunden und landet mitten in einer Schlacht. Sperr wird zerschellen, Schild zersplittern, ein Schwerttag, ein Bluttag, ehe die Sonne steigt. Reitet, reitet nun, reitet zur Vernichtung und zum Ende der Welt. Du, ich muss echt heulen bei der Stelle. Ich küsse schon Gänse aus. Ich küsse schon Gänse aus. Bisschen Pipi in die Augen. Ich bin tatsächlich schon vom Teenager-Alter an ein riesen Herr-der-Ringe-Fan. Hat damals auch ein Poster mit Legolas und den Pferden und den Rohirrim immer mal in dem Bett hängen im Teenie-Alter. Und ich reite auch selber. Also ich habe eigene Pferde und immer wenn ich reite, habe ich immer diese Melodie im Kopf. Und tatsächlich, wenn man so damit vor sich hingaloppiert auf seinem kleinen Pony, fühlt man sich gleich viel epischer, wie so ein richtiger Rohirrim, der gleich in die Schlacht reitet. Ich habe Herr-der-Ringe das erste Mal mit 13 erwischt als Film und zwar als Zeichentrick. Der ja fieserweise nur bis zur Helms-Schlacht an Helms-Klamm geht. Dann hört es einfach auf. Dann hört es einfach auf. Ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und dann bin ich in die Stadtbücher reingegangen und habe mir die Bücher ausgeliehen. Und habe das seitdem bestimmt schon 30 Mal gelesen. Man, hat alles begonnen. 30 Mal? Stimmt. Ich habe es glaube ich 5 Mal gelesen oder so. Okay, ich muss doch vor den Heim- und Herder-Ringe-Licht. Aber bevor ihr das Buch lest, hört euch den Song an. Hochirrim auf der neuen Platte von Feuerschwanz. Guter Song.